Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus Wir waren gestern stehen geblieben bei der Limousine in diesem Screen hier und wir wollten uns dieses schicke Gefährt ein bisschen näher ansehen Aber die Alarmanlage geht ja andauernd los Deswegen müssen wir noch ein bisschen schauen wie wir das bewerkstelligen Aber wir schauen uns zuerst mal die ganzen Items an Also wir haben versucht die Limousine zu benutzen Das heißt als nächstes wenden wir uns zum Beispiel dem Ersatzreifen zu Es ist das fünfte Rad am Wagen Können wir den mitnehmen Das kennen wir, ich skipp das mal so schnell geht So Das hat nicht ganz funktioniert, vielleicht können wir den ja abschrauben Und das können wir dann gleich noch probieren Reden wir zuerst mal nochmal mit ihm Wie fühlt man sich als fünftes Rad am Wagen? Ich bin das sechste Rad Das fünfte Rad am Wagen ist immer das Steuerrad Das ist nicht mal so dumm Alles klar, gut Benutzen wird wieder aufs gleiche ausatmen Ja, ist ja gut Die Alarmanlage Die nervt ein bisschen Aber gut So, was haben wir denn hier noch? Scheinwerfer zum Beispiel Start mich das Auto etwa an? Ja, auf jeden Fall Können wir die nehmen Alter Das wird sich jetzt wohl noch ein bisschen hinziehen Bis wir da in irgendeiner Weise sinnvoll weitergekommen sind So Können wir denn mit denen reden? Staust du mich an? Was glotzt du denn wie ein Auto? Naja, vielleicht weil es ein Auto ist So Der Vollständigkeit halber Muss ich natürlich benutzen Auch noch machen Vielleicht können wir die ja einschlagen Oder sowas Keine Ahnung Was wir mit den Scheinwerfern anstellen sollen So, wir haben auf jeden Fall hier noch ein Parkschild Wofür dieses P wohl steht? Habe ja ein Popo Dann muss das Dr. Marcelles Limousine sein Genau Kann man das mitnehmen Dr. Marcel parkt da so dicht dran, dass ich nicht hinkomme Okay, gut Vielleicht ja mit ihm reden Ja, alles klar Hier parkt schon wer Gut Haben wir denn sonst noch was? Wir müssen sehen, dass hat so ein Scheinwerfer Okay, das war's dann Das heißt, wir gehen mit den Items durch Und wir fangen mal mit meinem Schild an Wir können überall Kaugummi hinschmieren Yay Freude kommt auf Wir müssen nochmal komplett durch die Anstalt Wo bitte geht es noch gleich zum Garten? Was weiß ich Ich bin ein Verkehrsschild Kein Hinweisschild Genau genommen ist das auch ein Hinweisschild Aber gut Wo bitte geht es noch gleich zur Garage? Was weiß ich Wo bitte geht Was weiß ich Das kann jetzt ein bisschen dauern Das sind immer die gleichen Sätze Die Botschaft ist mit einem Geheimcode verschlüsselt Oh Wofür steht nur dieses P? Haben wir doch schon rausgefunden Pavian Popo Wo bitte geht es noch gleich zur Küche? Was? Ja Ich würde gern Aber ich komme nicht näher ran Die Walkable Area Map ist hier zu Ende Schön Gut, hier weiß ich nicht, was ich machen soll Alles klar Ja, wir kommen nicht mit dem Fußnagel ran Aber mit dem Stift Um darauf zu unterschreiben Das ist natürlich wunderschön Das sind Druckbuchstaben Wie man sie in jeder Buchstabensuppe bekommt Okay Zu deutsch Die müssen wir nicht fälschen können Die können wir schon Die Botschaft ist mit einem Geruch Gut Wo bitte geht es noch gleich zum Wäschchen? Was weiß ich Da weiß ich auch nicht, was sie machen soll Ich hatte kurz Angst, dass sie sich wieder voll dagegen klatscht Und wir gleich nochmal laden dürfen Aber okay Auch hier weiß sie nix Wir können es sogar einschneiden Ey, das ist ein Verkehrsschild Das ist doch aus Blech zumindest, oder? Oh Mann Steht das P für Payphone? Nein Rate ruhig weiter Oh Mann Topflop Ich würde gern, aber ich komme nicht näher ran Die Walkable Area Map ist hier zu Ende Wie gesagt Aber mit der Schere hinkommen Und mit dem Stift Das ist sehr unrealistisch Hier gabeln sich unsere Wege Schlitz Achso Achso Mit dem Messer kommst du nicht an Aber mit der Schere, natürlich Ich bin Inspektor Und keine Politesse Oh Mann Oh nein Das kennen wir schon In diesem Bild muss nützlich, Boy, draußen bleiben Was hat das mit einem Parkschild zu tun? Da fällt gerade einfach spontan mein Mikro um Was hat das mit einem Parkschild zu tun? Das nützlich, Boy, draußen bleiben muss Das Ich meine, ich hatte jetzt irgendeinen Satz mit dem Honk-Mobil erwartet Aber, oh gut Was soll's Oh, ist das süß Zwei Füßchen für das P Jetzt ist es ein P-Männchen Ich würde gerne Aber ich komme nicht mit die Worte Ja, ja, alles klar Ich würde die Worte Ja, natürlich Schau mal, Harvey Ein Schild Ich führe nicht zum Schilde Das weiß ich doch Ich wollte dich nur auf dieses Schild aufmerksam machen Mir gefällt dein verdichtiger Unterton nicht Mann, Harvey, komm mal runter Ich hab doch nur Wenn ich planen würde, die Raumzeit zum Kollabieren zu bringen Wäre der Himmel dann nicht orange-rot? Was? Aber der Himmel ist heute orange-rot Das kann viele Gründe haben Den kannten wir auch schon Aber ich finde den immer noch genial So, dann sind wir hier durch Dann fangen wir wieder oben an Beim Scheinwerfer Nein, versuch was anderes Das ist nicht destruktiv genug Okay, gut Dann vielleicht mit dem Mit dem Rechen, wollte ich sagen Mit der Harke Oh Wir haben ihn echt eingeschlagen Äh, Scheinwerfer? Hallo? Starb mich das Auto etwa an? Das steht doch jetzt gar nicht zur Debatte Du hast gerade den Scheinwerfer eingeschlagen Können wir den abmontieren? Oh Das kann jetzt Ein bisschen dauern Ich, ich beeile mich auch Ähm Probieren wir es mal hier beim anderen dann direkt Das dürfte ja die gleiche Interaktion sein Nein, versuch was anderes Okay, nicht destruktiv genug Vielleicht mit dem Schlüssel Nein, versuch Okay, dann vielleicht mit dem Topf Nein, versuch Okay Fußnagel abschrauben Nein Okay, wir Nein Müssen ihn wohl einschlagen Nein 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 Nicht mal unsere Fähigkeit ist destruktiv genug Sauerei Nein So, ich habe Angst Ich speichere mal ganz kurz Weil ich ganz genau weiß Dass Edna jetzt gleich dieses Cocktailglas dagegen klatschen wird Nein Versuch Nicht mal Was? Okay Gut, egal Lieber einmal zu viel gesaved als zu wenig Nein Das ist definitiv klar Nein Schere Die geht Nein Was? Nein Spätestens der Poloschläger wird gehen Nein Aber vorerst ist alles nicht destruktiv genug Alles klar Nein Gabel Nein Messer Hm, ich sollte was anderes ausprobieren Das Messer richtet zu wenig Schaden an Okay Dann lass uns mal die Polizeimarke probieren Nein Vielleicht ja, Captain Unbrauchbar In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar angehalten Weil beim Honk-Mobil ein Bremslicht kaputt ist Nun gut Vielleicht einmal hier draufkürzeln Nein Okay Jetzt aber Pam Oh oh Gut Jetzt sind schon mal beide Scheinwerfer eingeschlagen Aber Irgendwie Das geht halt auch wieder Ich weiß halt nicht, was uns das bringt Es hat vielleicht einen Nutzen Vielleicht Können sie uns dann nicht mehr verfolgen Wenn wir irgendwann mal ausgebrochen sind Weil sie kein Licht mehr haben Oder Keine Ahnung Ich weiß es nicht genau Auf jeden Fall Harvey Was sagst du denn zu diesen netten Scheinwerfern? Hallo ihr Scheinwerfer Wie geht's euch denn so? Stinker Stinker Was? Ihr fragt es mich zu beleidigen? Mich? Den großen Zampano? Stinker Stinker Oh Das macht mich wütend Kommt herbei Kräfte der Zerstörung Gebt dem großen Zampano Seine destruktive Supermacht Ähm Harvey Ist was? Du bewegst deine Lippen so seltsam Was? Ach Nein Nein Alles in Ordnung Du wolltest mir was zeigen? Es kommt mir bekannt vor Aber ich weiß gerade nicht woher Wo das eine Anspielung war Es kommt mir So dermaßen bekannt vor Aber ich weiß nicht woher Also falls ihr das zufälligerweise wisst Gerne damit ab in die Kommentare Würde mich freuen Vielen Dank Okay Wir machen weiter mit dem Ersatzreifen Und einem Kaugummi Nein Da kleben schon welche Das ist ja Oh Wichtig war der Reifen bereits im Einsatz Herz aller Liebst Oder jemand ist uns zuvor gekommen Ich wollte gerade Gerade Dam 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 Einwerfen Ich wollte es gerade machen Aber das Spiel war schneller Schön Moment mal Da sind ja schon Rellen drin Irgendwer ist mir zuvor gekommen Dam Dam Das probieren wir zum Schluss Weil ich glaube wir können ihn abmontieren Aber das werden wir erst zum Schluss probieren Ich sollte eine Werkstatt aufmachen Ja immerhin haben wir schon Starthilfe Kabel Einen Schraubenschlüssel Und einen potenziellen Ersatzreifen Stimmt Dieser Schlüssel ersetzt die meisten anderen Schlüssel Aber keinen Schraubenschlüssel Oh ist ja gut Schrei mich nicht so an Ich glaube es ist richtig Dass wir mit dem Schraubenschlüssel hier hingehen Ich bin mir aber nicht ganz sicher Das könnte nur ein ganz dezenter Hinweis gewesen sein Ach was Gummikochen ist doch immer lecker Mit den Fingernäkeln komme ich gut in die Rellen Die Frage ist Was willst du in den Rellen? Grillen? Nein Auf gar keinen Fall Nein, 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 nein In der Therapie fühlte ich mich auch wie das fünfte Rad am Wagen Aber, aber Edna Das ist doch das sechste Rad am Wagen Äh, Quatsch, hier Unterschreib Mist, der Stift schreibt nicht auf Gummi Was? Nicht mal auf Gummi Was ist das für ein schrecklicher Kugelschreiber? Mist, der Stift Der müsste zumindest halten, aber leicht wegmischbar sein Ich komme drauf zurück Man kann ja nie wissen Vielleicht brauche ich später die Unterschrift von Herrn Goodyear Ach Goodyear-Reifen sind das Na, da hast du ja einer an Sehr schön Dafür braucht man einen Schraubenschlüssel Oh Ja Einen Schrauben Ich vergaß Es hat Millionen Jahre gedauert, bis das Feuer erfunden wurde Weitere zehntausend Jahre für das Rad Und was wurde im letzten Jahrhundert erfunden? Kleiderbügel und Dosenöffner Warum hat man nicht mit den kleinen Erfindungen angefangen? Man hätte viel Zeit sparen können Ja, da hat unser lieber Hase nicht so ganz Unrecht Aber ohne die großen grundlegenden Erfindungen Wäre das alles hier natürlich nicht möglich gewesen Gute Idee Aber wie bekomme ich nur die Luft aus dem Glas in den Reifen? Puschten Die Luft aus dem Ja Oh nein Nein, nein Nichts als Sandstaub und Kiesel Oh, halb so schlimm Ich dachte gerade Oh Gott Der Ersatzreifen steht nicht auf der Karte Ich habe trotzdem einen bekommen Das Leben ist ein Flaschengeist und du hast raue Hände So wie es aussieht, kriegen wir diesen Autoreifen tatsächlich für unser kleines Automobil in der Garage Eventuell könnte da was Wahres dran sein Aber vielleicht können wir ihn jetzt auch einfach aufschlitzen Da sind noch ein paar Zickzackmuster zu wenig drin Oh oh Hoffentlich hat das keine negativen Auswirkungen auf unsere Flucht Sie hat es halt wirklich getan Sie Sie Gut, wir haben gerade unseren Reifen, den wir für unser Fluchtauto benötigen Mit einem weiteren Zickzackmuster versehen Klar Das wird eine sehr holprige Flucht Wenn wir denn irgendwann mal so weit sind Krasser Scheiß Na gut Ich bedanke mich für heute Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge Let's Play Edna brecht aus Bis dahin wünsche ich euch einen traumhaften Tag Macht's gut, Freunde Ciao